Moin Leute, ich habe mich mal jetzt für ein Apple Tutorial entschieden, weil manche mich mal angeschrieben haben, persönlich und so. Ja, wie kann man was machen? Ich mache jetzt mal am Anfang Tutorial. Wie mal alles erklären, mein ganzes Wissen möchte ich mal am Apple mal herausfinden. Wir fangen an mit Apple 1 Tutorial von Apollo 26 natürlich. Heute wird uns interessieren diese iTunes Karten, wie man das macht. Danach kommt wahrscheinlich dran das iPhone, der iPod Touch. Und natürlich das Wichtigste und das Größte, natürlich das iPad 4. Das ist das Neuste. So, wie ihr schon gehört habt, ihr habt euch ein iPhone, iPod oder iPod Touch oder ja, geholt. iPad. iPads sind sehr schön, muss man mittlerweile sagen. Ja, dann kauft euch mal sowas, weil ihr ein Album euch kaufen wollt oder weil ihr Spiele unbedingt kaufen wollt, wie Need for Speed oder so. Und ja, dann fangen wir direkt an. Ihr geht auf iTunes App Store. Das ist natürlich jetzt die neueste Version von iTunes. Habe ich mir extra runtergeladen, geht alles viel schneller. Wie gesagt, ich habe mir das Album. Notiz an Milch gekauft. Wenn ihr das auch kaufen wollt, also das ist von Damn, ihr kennt ja Damn. Das ist ein sauguter Rapper. Auf jeden Fall meldet ihr euch an, wenn ihr noch dort kein Account habt, dann registriert. Ihr euch stolz bitte, aber ich habe mich ja schon längst angemeldet. Also, ja. Jetzt melde der sich per Account an von mir. Und ich bin angemeldet. Wie ihr seht, ich habe ja schon Geld ausgegeben. Natürlich geht ihr dann auf Code einlösen, also einlösen, klickt ihr dann drauf. Und dort sind für die Code eins zu lösen. Und das sind, wie gesagt, die Dinger. Es gibt sie in verschiedener Waren. Ähm, ähm, ja, ähm, in Einzelkarten, an der Tankstelle und wartet mal kurz, ich muss mal kurz mein Handy holen. Natürlich, ähm, genau. An der Tankstelle könnt ihr euch auch holen, bei Mediamarkt oder so. Dann kratzt ihr hier unten diesen Code auf, dann gibt ihr es dort ein, auf einlösen, dann wird ihr wahrscheinlich euer Passwort fragen. Dann wird ihr euch dort hin schicken wieder. Und dann habt ihr halt hier oben euer Betrag. Und naja. Dann könnt ihr euch Sachen, App Store, Bücher, Podcast, alles downloaden und auf, ja. iPhone, iPhone, iPad, iPad machen. Das war jetzt dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wäre schön, wenn ihr mich liken würdet. Und wie gesagt, mich unterstützen wollt für mehr Videos von Apple. Ich kann euch dann erzählen, im nächsten, wie man ein Shell Break oder was ist ein Shell Break, ähm, Probleme lösen kann, wenn man das Passwort vergessen hat von Apple, wenn das iPhone nicht mehr geht, was man selbst daran unternehmen können, ohne zur Apple Shop zu gehen. Und, was ich heute noch erzählen wollte, ähm, der Support war gestern leider von Apple abgestürzt. Es gab ein kleines technisches Problem, seit Chief Jobs damit lebt. Naja. Und, ja. Der Server ist halt abgeschmiert. Ich konnte da keine Sachen leider nicht reparieren. Macht euch keine Sorgen. Manchmal könnt ihr es leider nicht reparieren, weil der Support-Server abgeschmiert oder abschmiert wird irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall, das war mal ein kurzes Tutorial über Apple. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja. Es würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Minecraft 11212, wenn es wieder hat, schaltet ein, wenn ich wieder meine Videos macht. Bis dann. Ciao.